hola Meu nome de la espana Nächster guetokom o я tets la geht bald Im Hintergrund rendert das Video was ihr Hoffentlich gestern gesehen habt Ich könnte sehr gerne auschecken Ähm Und Gönnum geht's Ja moin der leckt sich einer ab Wo ist der wohl? So, heute soll es aber tatsächlich nicht um irgendwas anderes, um mein Renderprogramm, Schrägstrich, Schneideprogramm oder sonst was gehen, sondern heute soll es darum gehen. Ich möchte einfach mal mich bei euch bedanken. Äh, klar, man kann jetzt sagen, äh, es gibt Leute, die haben mit viel weniger Videos tausendmal mehr Abos. Ja, gibt es, aber juckt mich nicht. Äh, auf meinem Kanal läuft es für mein, also für mein Empfinden ganz gut. Ähm, und ich bin einfach zufrieden und das ist für mich das Wichtigste. Perfekt, gar nicht gefällt instant. Okay, und der spampt mich mit dem Bogen, der keinen Damage macht, Hackewee. Also, ähm, es geht halt, für mich, äh, äh, bin ich mit meinem Kanal zufrieden und vor allen Dingen, ich bin auch mit meinen Videos zufrieden. Äh, dieses Überedite, so, das ist einfach nicht meins. Es macht mir keinen Spaß, wieso habe ich schon zwei Gaps verbraucht? Den habe ich eigentlich nicht gegessen, oder bin ich jetzt blöd? Ich bin einfach zufrieden mit meinen Videos auch. So, also, ich muss sagen, ich habe auch lieber etwas weniger edited und mache dafür öfter Streams. Ich streame in letzter Zeit, ja, zwei-, dreimal die Woche locker. Ich streame nie acht Stunden am Stück, aber ich streame halt immer ein bisschen. Und ich habe keinen Bock von einem Steve gezogen zu werden, aber der sieht, also, er sieht stellenweise nicht so fähig aus. Und dann kommen die Stellen, wo er dann die Hits des Live gibt. Aua! Ganz kurz, was stellenweise mit meiner Audio war, fragt mich nicht einfach. Das ist wahrscheinlich das Beste, weil ich habe dafür auch keine Antwort. Na gut, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über 59 Abos, 7 Likes und 43 Kommentare sehr freuen. Ich hoffe, ihr schaltet morgen um neun wieder ein und einfach mal an jeden Einzelnen, der das Video guckt und vor allem, der das Video bis hier geguckt hat. Wenn irgendwer das Video bis hier geguckt hat, schreibt das mal in die Kommentare, bitte, für mich. Ähm, an jeden Einzelnen, der die Videos zu Ende guckt. Oder generell an jeden Einzelnen, der sich die Videos anschaut. Nochmal fettes Dankeschön. Ich muss sagen, ich bin irgendwie mega stolz auf meine Community, auch wenn es jetzt keine 100.000-Mein-Community ist. Ich finde es im Kleinen immer noch besser, weil dann kann ich auch auf jeden besser eingehen. Deshalb würde ich mal sagen, wir sehen uns ganz vielleicht um neun Uhr wieder. Danke an dich. Bis dahin. Ciao.